Hi, ich bin Stefan und wir blicken heute auf ClickDigital. Das war ein Video-Wunsch von einem Blick drauf werfen, beziehungsweise Tobias T. war da auch schon mal investiert und hat mit, die beiden haben in den Kommentaren darüber diskutiert und hatten darum gebeten, dass ich da vielleicht mal ein Video zu mache und genau das will ich jetzt einmal tun. ClickDigital ist ein relativ kleiner Streaming-Anbieter, der aber fundamental momentan ziemlich gut läuft. Das Produkt, was sie zur Verfügung stellen, meiner Meinung nach nicht ganz so ideal ist, aber das werden wir uns jetzt alles ein bisschen genauer anschauen. Gibt es aktuell zu einem relativ interessanten Preis. Die Aktie ist um 50% verfallen, also ich denke, es lohnt sich, dass wir da einmal einen Blick drauf werfen. Also, los geht's! So, aber kommen wir zu ClickDigital. Also, wir werden das jetzt gemeinsam einmal erkunden, was da so geht oder auch nicht geht. Also, ClickDigital kommt aus Deutschland, ist ein Telekommunikationsdienstleister. Ja, hat momentan drei Punkte. Meine Skala geht ja von minus 1 bis plus 15. Da ist drei Punkte natürlich nicht so richtig gut. Also, wenn meine, nur dass ihr mal vielleicht so eine Vorstellung habt, ich habe das sehr genau analysiert bei mir in der Aktienakademie. Meine Punkteskala, wenn ich da acht Punkte und mehr habe, dann habe ich ungefähr eine Outperformance im Schnitt über alle acht Aktien, die das erfüllen, wohlgemerkt, von ungefähr acht Prozent. Drei Punkte macht leider noch nicht so richtig was her. Die Dividendenrendite liegt bei 1,1 Prozent und die Investmentrendite bei 3,3 Prozent. Das heißt, wenn du ein Euro investierst, macht das Unternehmen 3,3 Cent Gewinn und schüttet davon einen Cent aus. Die Unternehmensrendite ist bei 9,4 Prozent. Das ist ziemlich gut. Also, das Unternehmen, wenn das ein Euro investiert, in Form von Fabriken oder anderen Produktionsgeräten und so, dann machen sie quasi für jeden Euro 9,4 Cent Gewinn. Und die Eigenkapitalquote liegt bei 72,7 Prozent. Das heißt, wir haben wirklich wenig Schulden. Also, ungefähr ein Viertel sind nur Schulden. Dazu noch die hohe Profitabilität. Es sieht also wirklich ganz interessant aus, digital. Also, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Geschäftsmodell. Also, auf den ersten Blick, die beiden Größen sind ja mit dem Preis korreliert. Die anderen, sie beziehen sich eher auf die Sicherheit und die Effektivität des Unternehmens. Und, naja, also, wir scheinen ein ziemlich gutes Geschäftsmodell zu haben, was sehr solide kapitalisiert ist, aber was momentan auch relativ teuer ist. Also, das ist einfach so auf den ersten Blick einfach nur durch meine fünf Kennzahlen, die ich hier habe. So, dann haben wir jetzt hier den Jahreschart der ClickDigital AG. Wie wir unschwer erkennen können, war der Preis mal bei 40. Jetzt ist er unter 20 gefallen. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass die Aktie eventuell gerade günstig ist. Ich würde dir immer empfehlen, du musst zwei Dinge beim Preis berücksichtigen. Also, einmal halt, dass du schaust, ist die Aktie gerade günstig im Vergleich zu sich selber? Und dann halt noch überprüfst, ist die Aktie günstig im Vergleich zum gesamten Markt? Ich mache ja in meiner Aktienakademie mit meinen Kunden gar nichts anderes. Also, ich habe keine fancy Strategien oder so, sondern ich suche einfach nach guten Unternehmen, die man zu einem günstigen Preis kaufen kann. Und da investiere ich rein und profitiere davon. Also, nothing fancy bei mir, aber das, denke ich, kann ich inzwischen richtig gut. Und, so, dann gucken wir weiter. Wir schauen mal einmal auf den Maximalchart. Da sieht das Bild ein bisschen anders aus. Also, eine Sache, die auf jeden Fall auffällt bei ClickDigital ist, es gibt sie schon sehr, sehr lange. Also, hier IPO oder so war hier 2007, Anfang 2006, irgendwie so. Und seitdem gibt es die Aktie jetzt. Und wir sind gerade, trotz des Faktes, dass wir 50% verloren haben, sind wir immer noch relativ hoch im historischen Vergleich. Ja, wir sind immer noch ungefähr auf den Spitzen von 2010, 2011. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das jetzt zu teuer ist, aber es ist auf jeden Fall auch so, dass es jetzt im historischen Vergleich nicht super, super günstig gerade ist. Ja, also super günstig wäre irgendwo hier unten. Ja, und da müssen wir jetzt einmal genauer schauen, ob die Geschäfte, das jetzt halt gerade hergeben, dass die Bewertung so relativ hoch ist aktuell. So, dazu blicken wir einmal ganz kurz auf die Marktkapitalisierung. Die beträgt 134,97 Millionen. Das ist natürlich nicht sonderlich viel. Ist also wirklich ein kleines Unternehmen. Aber gerade das macht es natürlich auch wieder interessant. In der Aktienakademie zeige ich dir auch, warum du dich eigentlich auf so kleine Unternehmen spezialisieren solltest. Weil das dein größter Vorteil als Privatinvestor ist, dass du in diese investieren kannst. Und die großen industriellen nicht. Es macht keinen Sinn, dass du konkurrierst mit den ganz großen Hedgefonds und Banken und so weiter. Die können bestimmt besser Aktien analysieren als du. Das heißt, du solltest dich in Bereiche begeben, wo die nicht deine Konkurrenz sind. So, schauen wir jetzt einmal auf die Fundamentaldaten. So, dazu als allererstes wieder der Blick auf die Umsatzerlöse. Und wie wir sehr schön sehen können, seit 2014 haben wir eine sehr positive Entwicklung im Umsatz gehabt. Auch wenn wir einen Einbruch von 2018 und 2019 hatten. Dafür ging es jetzt in 2020 wieder schön nach oben. Wir gucken uns gleich natürlich auch noch die letzten zwölf Monate an. Weil wir sind jetzt ja am Anfang von 2022, da sind die Daten von 2020 natürlich nicht sonderlich aussagekräftig. Nichtsdestotrotz hilft es uns einfach einen Blick über die Vergangenheit zu haben, dass wir hier einmal kurz reinblicken. Eine weitere positive Sache ist, wir haben das Ergebnis hier Aktie in blau. Die Null ist hier unten. Das heißt, wir haben immer positive Zahlen gehabt. Gerade in so einem Digitalbereich ist das halt häufig nicht der Fall, dass wir immer Gewinne haben. Dazu kommt noch, dass jetzt eine Dividende angefangen wurde auszuzahlen, die auch recht schön gestiegen ist. Also die Dividendenrendite und die Investmentrendite, die ich vorhin hatte, bezogen sich auf die letzten drei Jahre im Mittelwert. Also das hilft mir halt bei meiner Turnaround-Strategie, dass ich halt günstige Aktien kaufe, indem ich die anhand der vergangenen drei Jahre berechne. Wenn wir uns das jetzt aktuell angucken, der Gewinn in 2020 war 1,16 Euro. 1,16 Euro bezogen auf 18,52 Euro ist wirklich ganz ordentlicher Wert. Wir sind ein bisschen bei einem KGV von über 10 knapp. Aber es ist auf jeden Fall in einem Rahmen, der in Ordnung ist, gerade wenn man halt sehr hohe Wachstumsraten hat. Und wir haben jetzt ja hier ein Wachstum im Umsatz gehabt von 63,14 auf 100,695. Das heißt, wir hatten ein Wachstum so ungefähr um 75%. Da kann man schon auch mal ein KGV von 10 bezahlen. Hör zu, ich habe 10 gesagt. Kommt nicht auf die Idee, 100 zu bezahlen. Das könnt ihr niemals garantieren, dass das ein gutes Investment ist. Also versucht wirklich, sichere Entscheidungen zu treffen. Überlegt euch, was sind Kriterien, die ich jedes Mal überprüfe. Also lernt aus euren Fehlern. Macht euch eine Checkliste, wo ihr das abarbeitet. Das ist wirklich ein Rat, den ich euch nun geben kann. Das ist das, was ich mit meiner Aktienakademie mache, wo ich euch zeige, wie meine Checkliste aussieht und so. Also passt da bitte, bitte auf. Zahlt nicht zu hohe Preise. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Ihr müsst günstige Aktien kaufen, die möglichst gute Geschäftsmodelle haben. Okay, so. Jetzt bin ich aber so ein bisschen ins Quasseln gekommen. Naja, nicht so schlimm. Wir gucken jetzt einmal weiter. So, ja, schauen wir uns die Entwicklung von Eigenkapital und Bilanzsumme an. Bilanzsumme ist ja die Größe des Unternehmens. Eigenkapital ist der Wert, den das Unternehmen selber besitzt, wenn nicht mithilfe von Schulden oder Ähnlichem finanziert wurde. Wundert euch nicht, Eigenkapital und Bilanzsumme sind jetzt grün und rot. Das sind unterschiedliche Skalen. Also grün beginnt hier unten bei 30, rot beginnt bei 60. Deswegen liegt momentan hier das Eigenkapital über der Bilanzsumme. Das ist natürlich der totale Quatsch. Das ist natürlich genauso, wie es halt auch sein muss. So, wie sieht das aktuell aus? Also aktuell haben wir eine Bilanzsumme von 76,97 Millionen und ein Eigenkapital von 55,65 Millionen. Denk nochmal dran, wir haben ungefähr 120 Millionen Marktkapitalisierung aktuell. Das heißt, du bekommst halt quasi für 120 Millionen bekommen wir einen Gegenwert von 76 Millionen Unternehmensgröße. Das heißt, du hast momentan einen Aufschlag von ungefähr 50 Prozent auf den intrinsischen Unternehmenswert. Wobei da jetzt natürlich sowas wie Markennamen und sowas nicht dabei sind. Und aufs Eigenkapital ist der Faktor ungefähr 2,5. Das heißt, du zahlst 2,5 Euro für 1 Euro, den das Unternehmen aktuell als Gegenwert hat. Also ist auch noch relativ teuer. Aber das waren jetzt ja die Daten bis 2020 und deswegen gucken wir uns jetzt nochmal die Daten der letzten zwölf Monate an. Ja, so, schauen wir einmal zurück. Also die letzten, die Trailing 12 Months, also die letzten zwölf Monate, die das Unternehmen gearbeitet hat. Also es ist quasi jetzt die letzten zwölf Monate die aktuellsten, die wir haben. Dürfte also Quartal 4 von 2021 sein und 1, 2, 3 von 2021. Also wenn wir uns das jetzt hier angucken, sehen wir, dass das Wachstum immer noch da ist. Wir haben ein Umsatzwachstum gehabt von ungefähr 16 Millionen, was natürlich ganz gut ist. Das heißt, wir haben momentan ein Kursumsatzverhältnis ziemlich genau von 1. Das heißt, für 1 Euro, den du investierst, macht das Unternehmen 1 Euro Umsatz. Allerdings, das Wachstum hat sich stark abgebremst. Also hier hatten wir noch ein Wachstum von 50 Prozent fast, von 2019 auf 20. Und jetzt haben wir nur noch ein Wachstum von ungefähr 20 Prozent, sogar unter 20 Prozent. Das ist natürlich wesentlich schlechter. Die Cost of Revenue ist ebenfalls gestiegen und zwar um 6. Und das Gesamtergebnis ist halt um 16 gestiegen. Ja, ist also im gleichen Verhältnis ungefähr gestiegen, wie sie vorher auch Ausgaben und Umsatz hatten. Das heißt, dementsprechend können wir jetzt hier mal kurz gucken. Also wir haben jetzt das Netto-Income, was auf die Aktien umgerechnet wird, liegt momentan bei 11,524. Dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass der Gewinn höher ausfallen wird, meiner Meinung nach. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir einen Gewinn um die 1,50 Euro haben. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 18,70 Euro sind wir dementsprechend bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis so um die 12. So, dann schauen wir nochmal weiter. Eine ebenfalls spannende Größe ist das EBITDA. Also sie haben momentan 20 Millionen Euro, die sie investieren können. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist es dann jetzt halt so, dass sie halt 20 Millionen auf 120.000 haben. Dementsprechend sind wir ungefähr bei einem Sechstel, was sind das, 16,6% oder sowas. Und das heißt, theoretisch kann man davon ausgehen, wenn die das sinnvoll investieren, dass das Unternehmen wieder um die 16% pro Jahr eigentlich machen sollte, was jetzt ihr intrinsisches Wachstum angeht. Vorausgesetzt, sie können das so fortführen, wie sie das aktuell machen. Ja, dann einmal eine kleine Zusammenfassung. Also, was lässt sich sagen über ClickDigital? ClickDigital ist auf jeden Fall gerade eine ganz spannende Sache. Wir haben offensichtlich ein sehr profitables und gutes Geschäftsmodell mit einer geringen Verschuldung, so wie wir das am Anfang schon gesehen haben, was auch ganz gut wächst. Man muss aber sagen, das Wachstum ist ein bisschen gebremst aktuell und wächst nicht mehr ganz so stark, wie das jetzt noch im letzten Jahr zum Beispiel der Fall war. Charttechnisch sind wir nicht so richtig günstig aktuell. Wir sind schon auf einem relativ hohen Level. Gerade bei so einem kleinen Wert können halt sehr irrationale Dinge passieren. Wenn man in solche Werte investiert, muss man sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Also, ihr müsst halt wirklich wissen, was ihr kauft, weil die Gefahr, dass man eine starke Über- oder Unterbewertung hat, einfach sehr, sehr groß ist bei solch einem Wert, wie jetzt zum Beispiel ClickDigital. Der kann halt sehr, sehr lange falsch bewertet sein. Da muss man manchmal einen sehr langen Atem haben. Aber ich sage mal jetzt so, auf zwei, drei, vier Jahre sollte es eigentlich so sein, dass die Aktie sich ganz positiv entwickelt, meiner Meinung nach. Aber ihr habt auch, wenn ihr euch das Chartbild ja angesehen habt, gerade habt ihr ja gesehen, es gibt so Hochs und Tiefs und dann gab es immer so lange Durststrecken dazwischen. Also, man sollte schon wirklich sehr überzeugt sein von dem Unternehmen. Meiner Meinung nach ist es jetzt auf den ersten Blick erstmal noch ein klein bisschen zu teuer. Also, mir ist es noch nicht günstig genug, weil ich halt auch weiß, wie wichtig das ist, dass man zu einem guten Preis einsteigt für die langfristige Performance im Portfolio. Und da gibt es meiner Meinung nach aktuell einfach bessere Investments als ClickDigital. Wenn du dich unten in die Insider-Liste einträgst, in der Videobeschreibung ist ein Link, dann schicke ich dir einmal im Monat ein Investment zu, von dem ich gerade der Meinung bin, dass es ein richtig gutes Investment ist. Also, das ist ein nicht gelistetes Video, was halt nur diejenigen kriegen, die in meiner Insider-Gruppe sind. Und nach ein paar Monaten schalte ich das normalerweise dann auch normal online. Aber das ist eher die Ausnahme und ist natürlich auch nicht so cool, wenn dann im Juli die Aktie vom Dezember veröffentlicht wird. Naja, okay. Jetzt müssen wir uns natürlich noch darum kümmern, was macht denn das Unternehmen überhaupt? Dazu habe ich euch einmal hier die Beschreibung rausgesucht. Also, ClickDigital ist halt eine Lifestyle-Company, die Streaming und Entertainment im Wesentlichen zur Verfügung stellt. Und zwar in Europa und Nordamerika und auch international. Aber ihr seht schon, es gibt zwei Schwerpunkte, Nordamerika und Europa. Ja, was bieten sie? Sie bieten sowas wie Musik, Hörbücher, Spiele, Sport und Filme. Das heißt, im Endeffekt ist es sowas wie Amazon Prime, wenn man so will, was sie da anbieten. Und ja, früher hießen sie Bob Mobile AG. Und ja, kommen aus Düsseldorf. Also hier bei mir quasi direkt um die Ecke. So, ich bin mit euch einmal auf der Seite. Also, der Name ist Programm, das, was ich euch gerade gesagt habe. Ihr seht es hier, kostet 15 Euro im Monat. Unbegrenztes Entertainment, toller Deal, tolle Preise, sagen sie. Die Kritik, die immer wieder geäußert wird, ist, dass es halt nicht so viele coole Bücher und so weiter gibt. Wir können ja einfach mal hier auf Filme schauen, was es dort so gibt. Da sehen wir jetzt hier Star Wars, das Erwachen der Macht ist natürlich durchaus vielleicht nicht schlecht. Aber naja, also jetzt können wir mal gucken. Deine Mitgliedschaft umfasst unbegrenzt Zugang zu hunderten Filmen und Serien, sowie einem Blockbuster jeden Monat. Ja, wie ihr sehen könnt, es gibt halt nicht den Zugriff auf so viele verschiedene Filme. Also, dazu kommt noch, dass der Preis relativ hoch ist, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Amazon Prime vergleicht. Und da sehe ich jetzt auch so das größte Problem. Sie haben einfach sehr viel Konkurrenz in dem Bereich. Sie sind noch relativ klein, deswegen können sie noch nicht so ein breites Produktangebot bieten. Und sind dabei auch noch relativ teuer. Also, 15 Euro ist ja wesentlich mehr, als man jetzt für Amazon Prime bezahlt. Und ja, das ist so ein weiterer Punkt, der mich so ein bisschen einfach an dem Unternehmen stört, wie du vielleicht verstehen kannst. Sehr spannend finde ich allerdings, dass sie nach wie vor Profit machen. Also, das ist durchaus was, was finde ich jetzt nicht ganz so klar ist. Ja, hier sind die 10 Gründe, die Klick selber angibt, warum man in Klick investieren sollte. Also, sie sagen, sie haben ein zukunftssicheres, hochgradig skalierbares und resilentes Geschäft. Also, resilient heißt ja sowas wie widerstandsfähig. Ich sage mal, stimmt natürlich, man kann das prima skalieren. Ja, je mehr Kunden kommen, an so mehr Leute kann man das verkaufen. Man braucht nur ein bisschen Serverleistung. Da haben sie natürlich recht. Andererseits ist die Konkurrenz halt, wie gesagt, ziemlich groß. So, bedienen einen weltweit ratschwachsenen Massenmarkt. Auch das stimmt natürlich. Es ist ein Massenmarkt, dieser Streaming-Bereich. Allerdings, sie sind jetzt ja nicht der Early Mover. Also, wenn man sowas Kleines investiert, dann sollte das meiner Meinung nach eher ein Sektor sein, der gerade wächst oder der gerade anfängt, sich zu etablieren, wo man die Chance hat, dass die halt auch richtig groß werden. Die sind jetzt in den Markt gegangen, nachdem andere schon da waren, wie Netflix und Amazon und Co. Halte ich eher für, ja, ein bisschen problematisch. So, dann haben sie eine zweigleisige Wachstumsstrategie. Das heißt, sie haben organisches Wachstum. Das heißt, dass sie einfach die Gewinne, die sie haben, reinvestieren und dadurch wachsen. Und auf der anderen Seite nicht-organische Expansionen. Das sind also Übernahmen. Dann haben sie Multicontent-Portale. Okay, ist klar, das ist ihr Job. Also, sie haben verschiedenen Content, den sie da vermarkten. Ja, und sie haben ziemlich gute Konversionsraten. Das heißt, die Kunden nehmen das normalerweise sehr, sehr gut an, was sie machen. So, sie haben eine gesunde Bilanz. Auch das stimmt auf jeden Fall. Sie haben 75% Eigenkapital. Sie haben ein profitables Umsatzwachstum. Auch das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, auf Umsatz geht es ein bisschen zurück. Also, die attraktive Dividende, die empfinde ich eher ein bisschen als lächerlich. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,4%. Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Dividende nochmal gesteigert wird. Aber selbst wenn sie auf 3% gesteigert wird, würde ich jetzt noch nicht wirklich von einer attraktiven Dividende sprechen. Dazu kommt noch, ich meine, die sagen selber, sie sind ein Wachstumsmarkt. Und dann mit einer Dividende zu werben, ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Also, wenn man natürlich wachsen kann, ohne zu investieren, dann macht eine Dividende durchaus Sinn. Und in gewisser Weise ist das jetzt hier auch der Fall. Aber wenn man da rein investiert, dann investiert man da ja nicht rein, weil man unbedingt einen Cashflow haben will. Sondern man investiert ja eher da rein, um ein Wachstum zu generieren. Und deswegen finde ich an der Stelle die Dividende ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen komisch. Und wir blicken jetzt noch einmal in den aktuellsten Geschäftsbericht. Das ist dieser hier, Click Entertainment First, Q3, beziehungsweise 9 Monate, der ungeprüfte Geschäftsbericht. So, ja, schauen wir einmal rein. Also, hier haben wir jetzt die 9-Monats-Entwicklung im Vergleich der letzten Jahre. Wie wir sehen können, haben wir wirklich ein schönes Wachstum. Vor allem in den Umsatzerlösen. Das EBITDA, also die EBITDA-Marge hat sich erhöht. Das heißt, sie haben jetzt bezogen auf ihren Umsatz, machen sie jetzt aktuell halt 18% Gewinn vor Steuern, Abschreibung, Amortisierung und so weiter. Das heißt, das ist quasi das Geld, was sie investieren können. Das ist schön gestiegen über die Jahre. Das ist ein ziemlich gutes Zeichen eigentlich. Die Marketing-Ausgaben sind allerdings mitgewachsen, wie man unschwer erkennen kann. Allerdings, wenn die Umsätze dann parallel steigen, ist das durchaus in Ordnung. Und das EBITDA, sehen wir jetzt hier, ist halt auch sehr, sehr schön gewachsen. Also, von hier nach da hat es sich mehr als verdoppelt. Und jetzt halt auch nochmal, das heißt, ja, also das Wachstum ist schon wirklich ganz prima. Dann können wir einmal kurz gucken, wo macht das Unternehmen seinen Gewinn? Wir haben es vorhin schon einmal angesprochen. Es gibt Europa, Nordamerika und Sonstiges. Und jeweils ungefähr, naja, ein bisschen mehr als ein Drittel, würde ich mal sagen, machen die beiden in Europa und Nordamerika. Also, man kann eigentlich alles andere so weit, ja, vernachlässigen. So, dann haben wir jetzt hier den Kundenbasiswert in Millionen Euro, was auch immer das ist. Aber sie haben anscheinend mehr Kunden, sie haben ungefähr 52% jetzt dazubekommen im Vergleich zum Jahr zuvor. Auch das ist prinzipiell sehr positiv. So, was sehr, sehr positiv ist, ist, dass der Gewinn sich fast verdoppelt hat, ne? Also, mehr als verdoppelt hat sogar, ne? Von 80 Cent ist der Gewinn jetzt auf 1,82. Jetzt ist immer die Frage, was passiert im letzten Quartal? Da helfen uns die neun Monate noch nicht so richtig. Aber wir werden das sehen, ob wir wirklich einen Gewinn um die 2 Euro rumsehen. Dann sind wir bei dem vorhin vielfach angesprochenen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10. Oder ob es halt sogar noch ein bisschen höher ausfällt. Also, ist auf jeden Fall spannend. Ja, Klick hat jetzt B-Lizenzen für Live-Übertragungsrechte für drei Saisons der italienischen Serie B-Fußball-Liga bekommen. Ähm, das ist sicherlich schon mal nicht schlecht. Ähm, das heißt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfen sie diese dann halt, ähm, ja, übertragen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie groß der Markt ist. Ähm, die zweite Liga in Italien klingt jetzt für mich erstmal nicht so super spannend, jetzt für den deutsch-österreichischen Raum. Aber gut. So, ja, noch ein weiterer Indikator für die Liquidität des Unternehmens sind natürlich die Cash-Mittel, die aktuell zur Verfügung stehen. Die liegen aktuell bei 6,7 Milliarden. Ähm, ist also ganz so niederwert. Also bezogen jetzt auf die Bilanzum ist es nicht so richtig viel. Ähm, aber, ja, immerhin. Ja, ungefähr 10% haben sie aktuell als Cash. Also 7% wahrscheinlich. Ähm, sieht auf jeden Fall prinzipiell erstmal ganz gut aus. Ja, kommen wir zu einem abschließenden Fazit. Also, das Unternehmen, das wächst nach wie vor und auch die aktuellen Zahlen sind ganz gut. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Wachstum ein bisschen sich verlangsamt hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, haben wir ein schönes, wachsendes Unternehmen, ähm, was in einem interessanten Bereich ist. Ja, offensichtlich, also sie betreiben halt Direkt-Marketing, das heißt, sie verkaufen direkt an den Kunden. Auch das scheint relativ gut zu funktionieren. Und, ähm, sie können das relativ gut skalieren aktuell. Was sehr erfreulich ist, ist, dass die EBITDA-Marge steigt. Das heißt, sie sind halt in der Lage, immer mehr Gewinne zu erzielen. Ähm, das Angebot, was sie haben, ist meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, schlechter als das, was zum Beispiel Amazon Prime bietet. Ähm, ist allerdings natürlich auch eine hohe, ja, eine große Konkurrenz, ja. Weil Amazon Prime ist ja in erster Linie ein Service, den sie so on Plus zur Verfügung stellen, während ClickDigital wirklich versucht, selber damit Geld zu verdienen. Und da sehe ich halt einfach so ein bisschen das Problem drin. Ähm, das Geschäftsmodell ist gut, sie erreichen viele Kunden. Ähm, es wächst auch schön. Der Preis ist halt okay. Hey, also für mich ist der Preis noch nicht gut genug. Also jetzt in der, ähm, Aktienakademie wäre mir das halt noch zu teuer. Weil einfach die, wenn ihr euch wirklich anschaut, was macht Performance aus, ne, also im Aktienmarkt. Wenn ihr das einfach mal historisch analysiert, ähm, dann stellt ihr halt einfach fest, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 zwar schon ganz gut ist, aber es noch nicht so die extremen Schübe nach vorne gibt, was eure Performance angeht. Ähm, wenn ihr das genauer mal sehen wollt, dann überlegt doch mal, ob ihr zu mir in die Aktienakademie kommt. Ansonsten, äh, ist jetzt hier noch, ähm, die Video-Playlist mit meinen Aktienanalysen. Klar, blickt doch, äh, blickt doch gerne wehrfrei, ja. Also wirft doch gerne einen Blick da rein. Ähm, da ist bestimmt noch eine Aktie dabei, die dich interessiert. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.